Besucher des Atlantik-Hotels in Wilhelmshaven können von heute bis zum 1. Juli die Kochkunst Stefan Kriegelsteins genießen. Der 30-jährige Koch aus Österreich wurde 2015 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. In seinem Sechs-Gänge-Menü kombiniert der Küchenchef etwa Fjordforelle mit knuspriger Hähnchenhaut, Heilbutt mit den Geistern Balis und Wagyurin-Fleisch mit Rhabarber und Kartoffeln. Das Hotel an der Jade Allee 50 ist Kriegelsteins erste Station während seiner Tour durch Norddeutschland.